In diesem kurzen Video werde ich euch jetzt zeigen, wo ihr die Keys finden könnt, falls ihr sie sucht. Hauptsächlich diese zwei Seiten. Ein neuer Subreddit auf Borderlands, heißt Borderlands Shift Codes, wo Leute die Codes dann reinposten, wie hier vor zwei Tagen. Guardian Head Reward, also nicht alles für Skeleton Keys, sondern auch andere Rewards. Diamond Key, Skeleton Key, der ist der wichtige, den werden wir gleich mal angehen. Und auf dieser Seite, ich werde sie euch natürlich alles verlinken, unten in der Description. Auf dieser Seite hauptsächlich schaue ich meistens ein bisschen rein auf Reddit und hier. Dann klickt ihr den Code an, könnt ihr ihn hier wählen, dann Copy, klickt ihr die Nachricht, Redeem, Paste und werdet ihr auf die Gearbox Seite hingeschickt, wo ihr euch anmelden könnt, wenn ihr hier bei Shift angemeldet seid. Ich gebe sie immer direkt im Spiel dann ein eigentlich, wie auf mein Handy, lese es dort runter, weil das Kopieren so nicht funktioniert. Wenn ich vier kopiere und im Spiel eingebe, lasst es mich nicht kopieren. Also ich nehme mal die extra lange Methode und hier dann noch auf GamePro haben sie auch die Keys gegeben. Einen Tag nachher zeigt, wo die Keys sind. Da haben wir die zwei neuen, da seht ihr den, den 10 Skelettschlüssel, immer gültig, also wenn ihr das Video auch später klickt, die werden vielleicht immer gültig sein, außer sehen dann ihre Meinung. Jo, dann war es das auch mit dem Video. Ich... Oh! Magische Kiste, sagt... Nichts Goldenes. Blub, blub, blub. Werden doch gute Waffen sein, oder? Schaut schon mal cool aus. Nächste Bistel. Sind das alles Bistels? Alles Bistels, ist doch ein bisschen Bestrafung. Ach, kommt schon Jungs. Alles Bistels. Und nichts Gold. Oh, das ist perfekt für mich. Okay, okay, mach wieder zu. Den nächsten ein anderes Mal. Let's peace out.